Offenbar hat es eine Festnahme im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen möglicher Manipulationen durch Russland bei den vergangenen US-Wahlen gegeben. US-Präsident Trump teilte in diesem Zusammenhang über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass es sich dabei um eine Hexenjagd handele. Die Schuld daran gab er Hillary Clinton und den Demokraten. Die Republikaner rief der Präsident zum Handeln auf.